Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tony on the Road, heute aus Garacico an der Westküste von Teneriffa und ich stehe hier in einem Museum vor einem, naja, antiken Surfbrett aus Massivholz, so hat man die damals gebaut, zwinker, zwinker mit dem Auge, ja, hier noch ein paar Steine eingelassen wahrscheinlich, damit es guten Grid auf den Wellen hat, ja. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen durch die Innenstadt und zeige euch etwas von der Kleinwelt, die noch in Ordnung ist. Musik 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 Ja, und das war es wieder von Tony on the Road. Hinter mir der Sandrock, ein Häufchen, was der liebe J im Meer gelassen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und ich sage wieder, hasta pronto! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.